Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, heute ausnahmsweise mal aus dem Homeoffice, aber mit einem, wie ich finde, mega, mega spannenden Fahrzeug, nämlich dem nagelneuen Kia EV9 oder EV9. Kia bietet hier ein SUV, was man versucht hat, sozusagen batterieelektrisch zu optimieren, das heißt in puncto Technik, das heißt in puncto Aerodynamik und natürlich nicht zuletzt auch in puncto Design, zunächst erst als Konzept, aber dann schon 2023 auf den Markt kommen. Zielgruppe sind natürlich die kaufkräftige SUV-Kundschaft, vor allem natürlich in Asien, natürlich in Nordamerika und bei uns hier in Europa. Und was Kia sozusagen in die batterieelektrische SUV-Welt transformiert hat, das wollen wir uns heute hier mal en detail und mit vielen, vielen Veranschaulichungen anschauen. Ich habe auch einige technische Daten schon herausbekommen, die ihr natürlich hier in diesem Video erfahrt und so seid ihr natürlich immer auf dem neuesten Stand, was die Elektromobilität betrifft. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr es natürlich am Ende mit einem Daumen hoch bewertet und falls ihr noch nicht Teil der einfache elektrisch Community seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich mit meinem Kanal, mit einem Abonnement unterstützen könntet. Ein Abonnement ist ja bei YouTube bekanntlich kostenfrei, aber nicht umsonst, weil es natürlich auch uns mit einfach elektrisch hilft, weiter voranzuschreiten. Aber jetzt starten wir mal mit dem neuen Kia EV9. Und natürlich starten wir wie immer von außen und schauen mal auf die Frontpartie hier so seitlich auf den Kia EV9. Und da fällt uns natürlich gerade vorne im Bereich der Frontpartie auf, dass sie halt möglichst geschlossen ist, dass das Tiger Face, das ist ja sozusagen die neue Designsprache bei Kia hier halt möglichst futuristisch hervorkommt. Das heißt, man hat auch in den geschlossenen Kühlergrill-Lichtelemente zum Beispiel zur Begrüßung und zur Unterstützung des Designs implementiert und kann das natürlich wunderbar animieren. Ja, wo wir schon beim Thema geschlossener Kühlergrill sind, es handelt sich ja hier um ein rein batterieelektrisch konzipiertes Fahrzeug, was auf der EGMBP Electric Global Modular Plattform entsteht. Das kennen wir ja auch schon vom Kia EV6 und natürlich auch vom Hyundai Ioniq 5. Hier haben Hyundai und Kia natürlich eine Plattform geschaffen, wo sie halt modular jede Fahrzeuggrößen implementieren können und dann mit der jeweiligen Technik, Ausstattung und Karosserie versehen können. Und insbesondere geht es Kia natürlich auch bei dem EV9 um Nachhaltigkeit. Das heißt, man versucht hier natürlich mit vielen luftströmungs-aerodynamischen Elementen diesen, ja, ich möchte mal sagen optischen Koloss, aber aerodynamisch relativ leicht dahin wirken zu lassen. Und ich glaube, diese Designsprache, die ist recht futuristisch und modern, aber am Ende halt auch Geschmackssache. Wirken tut er ja von außen so ein bisschen wie der Cadillac Escalade, so eine amerikanische Prunk- und Protzkarre oder auch dem Ford Explorer. Und das möchte natürlich Kia durch Leichtigkeit, durch frisches Design hier implementieren und euch natürlich näher bringen. Gerade wenn wir dann mal so ein bisschen aufs Detail schauen, dann sehen wir hier die LED-Scheinwerfer, dieses wunderschöne Tagfahrlicht dann in der Silhouette, was das Tiger-Face-Design natürlich unterstützen soll und in die Karosserie implementierte Licht-Design-Elemente. Da muss ich euch sagen, das gefällt mir schon mal optisch ganz ansprechend. Am Ende ist ja so ein Design auch immer, finde ich, Geschmackssache. Schauen wir so ein bisschen mal aus der Luft auf den EV9, dann sehen wir im Prinzip schon, dass gerade im Bereich dieser riesengroßen Motorhaube, wo ich natürlich auch hoffe, dass hier ein Frontkofferraum Einzug erhält, insbesondere halt, um halt auch weitere Staumöglichkeiten, Equipment zu haben. Und weil der Kia EV9 ja mit bis zu sechs respektive sieben Sitzen ausgestattet werden kann, brauchen wir natürlich auch vielleicht Platz im Vorderwagen und da bin ich gespannt, wie Kia das löst. Was wir auf jeden Fall sehen, oben zwischen Motorhaube und Frontscheibe, ihr seht es, da sind sozusagen Solarflächen eingearbeitet. Da bin ich mal gespannt, wie effizient sie sind. Wir kennen es ja vom Hyundai Ioniq 5, zumindest in unseren Breitengraden ist das zwar ein netter Versuch, da effizienztechnisch zu unterstützen, aber meist mit wenig Erfolg versehen. Darüber hinaus hat man dort, wie so Luftauslässe, Einlässe, das sollen so einen Dunstabzugshaubeneffekt erzeugen und natürlich dann am Ende, da bin ich mal gespannt, wie der EV9 dann halt auch im Bereich der Aerodynamik, CW-Wert etc. pp abschneidet, gespannt. Oben sehen wir im Prinzip so ein oval wirkendes Dach, was aber eckige Elemente hat, ja fast wie so ein Achteck, würde ich mal versuchen zu deuten, wo man dann natürlich viel Licht in den Innenraum schaffen will, einerseits und andererseits natürlich auch gerade den Fondpassagieren der zweiten und dritten Sitzreihe, dann vielleicht den Blick in den Himmel bis hin zum Sternenhimmel zu ermöglichen. Ja, wenn wir auf die Seite schauen, dann schauen wir natürlich auch auf die Länge. 4,93 Meter wird der EV9 lang sein, 2,05 Meter wird er breit sein, da ist halt die Frage, ob die digitalen Außenspiegel da schon inkludiert oder exklusiv sind. Auf jeden Fall wird es auf der linken Spur in der Baustelle auf 2 Meter Begrenzung dann verdammt eng. Und er bekommt eine Höhe, die man eigentlich eher von Vans, von kleinen Bussen kennt, mit 1,79 Meter. Das ist schon, glaube ich, fast G-Klasse Mercedes-Niveau. Die meisten SUVs sind ja irgendwo Anfang 1,60 Meter, 1,65 Meter. Aber der EV9 bekommt hier im Prinzip eine deutliche Höhe mit 1,79 Meter. Übrigens, der Radstand, der wächst nicht auf 3 Meter wie beim IONIQ 5, sogar auf 3,10 Meter im EV9. Da sind wir natürlich mal gespannt, wie sich das auf das mögliche Akkupack auswirkt. Wir erwarten hier natürlich eine 800 Volt Technik. Kia spricht von einem Ladegerät, was bis zu 350 kW laden kann. Kia spricht weiter von einer Reichweite von bis zu 483 Kilometern. Sie drücken es natürlich mit 300 Meilen aus. Ich habe das für euch umgerechnet. Und sie sprechen von einer Ladegeschwindigkeit von 10 auf 80 Prozent von 20 bis 30 Minuten. Das heißt, wenn wir mal den EV6 übertragen auf den EV9, 77,6 Kilowattstunden netto, dann wird er in jedem Fall einen größeren Akku bekommen, weil der EV6 ja in 18 Minuten lädt und man hier von 20 bis 30 Minuten spricht. Ich denke mal, die Basisversion wird irgendwas Anfang 80 Kilowattstunden netto haben und dann wird es wahrscheinlich nochmal optional ein größeres Akkupack geben, was irgendwo so bei Anfang Mitte 90 Kilowattstunden liegen wird. Da bin ich mal gespannt, ob man sich auch an diesen Schwellenwert über 100 wie beim BMW iX respektive EQS SUV dann mit bis zu 107,8 Kilowattstunden herantraut. Das widerspräche sich aber meines Erachtens so ein bisschen mit der angegebenen Reichweite, sodass ich glaube, dass wir hier irgendwo was zwischen 80 und 90 Kilowattstunden dann finden werden. Ich vermute mal den Verbrauch auch irgendwo eher so Richtung Mitte 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer effektiv. Auf dicken, großen Rädern steht er natürlich auch. Hier 22 Zoll aerodynamisch optisch mal optimiert fürs Konzeptkader, glaube ich, werden wir wahrscheinlich in Natur etwas andere Räder vielleicht wiederfinden. Und eine Besonderheit wird er auch bekommen, er wird eine einziehbare Dachreling bekommen. Das heißt, für SUVs stehen ja auch immer Dachrelings. Die wird man hier versenkbar machen, um dann quasi während der Fahrt wohl die Aerodynamik nochmals zu erhöhen. Ja, das Konzeptkar hat auch ein tolles Türkonzept. Es hat nämlich keine B-Säule. Das heißt, die Türen öffnen entgegengesetzt. Das kennen wir ja schon beispielsweise aus dem BMW i3 mit allen Vor- und Nachteilen. Gerade wenn man dann halt auch die Kinder zur Schule bringt, sie hinten sitzt und man sie quasi dann herauslassen möchte. Da bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich so in der Praxis umgesetzt wird. Ich vermute mal, dass es jetzt hier für das Konzeptkar gemacht wird, um so ein bisschen diese Leichtigkeit, diese Luftigkeit, ihr seht das ja auch gerade, dann halt auch mit diesen sehr, sehr performanten Sitzen hier in der Ferne dargestellt, dann darzustellen. Wahrscheinlich wird da in Natur dann auch eine klassische B-Säule bekommen und vier klassisch öffnende Türen. Ja, last but not least schauen wir natürlich auch mal so ein bisschen auf die Heckpartie hier von der Seite. Ihr seht da natürlich dieses rückleichten System, was wir ja auch schon aus den ersten Bildern des Kia e-Niro kennen, vom Kia Sportage. Das ist ja sozusagen dieses neue Design, luftig leicht hinten von Kia für das Heck. Natürlich mit modernster LED-Technik, zeige ich euch gleich nochmal aus der Nähe. Und nebendran natürlich auch dem Ladeanschluss für Europa mit CCS. Das heißt, wir können hier, denke ich mal, mindestens dreiphasig 11 kW AC laden und wie gesagt mit einem Ladegerät, was DC bis zu 350 kW laden kann. Ich vermute mal, dass man hier auch irgendwo so 250, 260 kW wie beim Audi e-Tron GT und beim Porsche Taycan schon kennt, wahrscheinlich erreichen wird. Ja, schauen wir nochmal so ein bisschen auf die Nähe. Dann sehen wir hier nochmal schön illuminiert dieses Rückleuchtenkonzept. Es ist schön einfach, schön flach gehalten, aber der ganze Wagen wirkt natürlich sehr, sehr kräftig, sehr, sehr mächtig und da wirken ja die Rückleuchten beinahe schon fast filigran. Und was mir auch gut gefällt, das muss ich auch mal an dieser Stelle sagen, dass wir nicht immer so ein durchgehendes Leuchtenband haben. Hier geht Kia mal so einen frischen, modernen, anderen Weg, auch völlig konträr zum Beispiel zum EV6. Das gefällt mir richtig gut und da bin ich gespannt, was die Zukunft weiter bringt. Werbeblog. Ja, ich habe für euch natürlich wieder mal eine spannende Sache gemacht und zwar haben wir neue Merch-Produkte in unserem Merch-Shop. Das heißt, wenn ihr in der Videobeschreibung nachschaut, dann bekommt ihr nämlich einen Link. Ich zeige euch das mal zu einfachelektrisch.myspreadshop.de und da haben wir jetzt neben den typischen Einfach-Elektrisch-Artikeln, die es in 162 verschiedenen Varianten gibt, also von Tasse über Sticker über T-Shirt, Hoodie, alles Mögliche. Jetzt auch ganz neu die Haifischflosse im Programm und natürlich mein Lieblingswort Performante. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da mal in Merch-Shop vorbeischaut. Vielleicht ist ja das ein oder andere Spannende für euch dabei. Werbeblog Ende. Und nach außen schauen wir natürlich auch nach innen und schauen mal so ein bisschen in diese Luftigkeit, in diese Leichtigkeit des Cockpits. Und hier stehen im Prinzip nicht Knöpfe, Schalter, Lüftungsdüsen etc. pp. im Vordergrund, sondern eigentlich möglichst wenig. Simplicity ist hier gefragt. Das erinnert uns schon mehr als fast an Tesla. Und von daher muss ich sagen, sieht es erstmal auf den optischen Eindruck sehr, sehr gut aus. Man hat so das Gefühl, dass diese Schwere von außen in Leichtigkeit, in formschöne, runde Linien im Innenraum übertragen wird. Highlight ist natürlich das 27 Zoll Ultra-Wide-Display, was ihr hier seht. Ein durchgehendes Display. Da bin ich mal gespannt, wie das dann halt in Natur optisch, haptisch von der Darstellung wirkt. Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob der Kia EV9 dann endlich auch eine Navigationssoftware bekommt, die natürlich eine Routenplanung hat mit Ladestops, entsprechender Dauerverfügbarkeiten von Ladestationen. Das alles, was wir momentan ja im Ioniq 5 und im EV6 vermissen, wo aber auch schon beide Hersteller gesagt haben, dass sie irgendwann im Laufe dieses Jahres das wohl updaten wollen. Und da hoffe ich natürlich, dass der EV9 dies von Anfang an bekommt. Ja, im weiteren Schritt schauen wir natürlich auch noch mal detaillierter auf das Cockpit, auch mal so ein bisschen bei Nacht. Hier hat man natürlich schöne Ambiente, Beleuchtungs-Design-Elemente eingeführt. Ein mega, mega futuristisches Lenkrad. Ich finde es auch besser im Übrigen als das Jog-Lenkrad, was der Tesla in seinem Model S und X präsentiert hat, weil es halt eben ringsrum so ein elliptischer Kreis ist, trotzdem futuristisch ist, eine schöne Haptik hat. Da bin ich mal gespannt, ob die Touchflächen, die da drin sind, sich dann halt auch leicht bedienen lassen und ob es halt dann wirklich zu diesem erwünschten Mehrwert führt. Gespannt bin ich auch, wie die digitalen Außenspiegel dann im Prinzip im Fahrzeug integriert werden. Das konnten wir jetzt auf den beiden Bildern noch nicht sehen. Da haben wir so ein bisschen Erfahrungswerte vom e-tron 5055, dass es da in bestimmten Situationen auch Schwierigkeiten gibt, dann halt über die digitalen Außenspiegel halt bestmöglich unterstützt zu werden. Aber die Technik schreitet natürlich voran und gerade die Koreaner sind da ja äußerst pfiffig. Also davon ausgehend bin ich da mal positiv gestimmt. Ja, auf diesem Armaturenbrett haben wir so eine Stofflinie und in diese Stofflinie aus recycelten Materialien haben wir dann im Prinzip auch Touch-Elemente integriert, die dann nur zur Steuerung hinterleuchtet werden. Und ansonsten, ihr habt das ja auf dem Bild davor gesehen, eigentlich gar nicht vorhanden wirken. Das ist ja auch mal ein interessantes Bedienkonzept. Aber mir geht es halt auch immer darum, dass man halt während der Fahrt einfach mal laut und leise regeln kann, die Lüftung verstellen kann, wärmer, weniger warm oder die Sitzheizung verstellen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie Kia das im EV9 dann umsetzt, dass man auch während der Fahrt möglichst unabgelenkt das bedienen kann. Vielleicht tun sie es ja per Sprache. Ja, beim Raumgefühl hat man im Prinzip Leichtigkeit geschaffen. Ihr seht hier zwei Sitzreihen. Es gibt aber optional noch eine dritte Sitzreihe. Darüber hinaus gibt es drei Sitzprogramme. Das heißt, wir haben natürlich das klassische Sitzprogramm, dass man in Reihe sitzt und nach vorne schaut. Darüber hinaus kann man aber auch die beiden Vordersitze drehen, die zweite Sitzreihe zu einem Longetisch runterklappen, um so zu viert schön an dem Tisch den Innenraum mit diesem wunderschönen Panoramaglasdach dann zu nutzen. Und dann gibt es noch optional eine dritte Option, wo sich alle drei Sitzreihen nach hinten drehen. Also ihr, genau, ihr habt richtig gehört, ins Heck, wo sich dann die Heckklappe öffnet und wo man dann eins mit der Natur werden soll und sozusagen alle Mann und alle Frau dann hinten aus dem Heck herausschaut. Klingt ja erstmal spannend, ob man es dann täglich praktisch nutzt, weiß ich nicht. Es gibt ja einige von euch, die sogar in Autos schlafen. Da gibt es ja irgendwelche Dreamcases, Matratzen. Gerade die Tesla-Freunde schlafen ja gerne in ihrem Tesla. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, dann den EV9 möglichst vielfältig zu nutzen, vielleicht sogar zum Campen zu verweilen. Ich bin gespannt, was Kia hier ideell und gedanklich für uns bereithält. Wow, Kia, das ist ja wirklich mal ein spannendes Konzept-Car und ich bin gespannt natürlich, wie viel von dem Konzept dann halt auch in die Realität wandert. Ich möchte aber an dieser Stelle vorm Fazit auch nochmal ansprechen, dass wir natürlich bezahlbare Elektromobilität benötigen, dass wir auch mal klassische Kombis benötigen, wie zum Beispiel halt auch der MG5, der jetzt auf den Markt kommt oder halt eben auch dann an der Speerspitze der Taycan Sport Tourismo. Wir brauchen einfach Autos für jede Verwendung. Wir brauchen Cabriolets, wir brauchen auch Sportwagen und nicht nur ausschließlich SUVs. Das SUV-Konzept von Kia im EV9 finde ich auf jeden Fall mega, mega spannend. Es bietet, glaube ich, jede Menge Platz. Es bietet moderne Antriebstechnik inklusive schnellem Laden. Jetzt muss es im Infotainment halt auch noch mit der Navigation funktionieren, dass man das halt auch in der Praxis gut umsetzen kann. Und ansonsten bin ich halt gespannt, wie viel aus dem Konzept-Car dann tatsächlich in die Serie wandert. Ich hoffe natürlich, dass wir immer Konzept-Cars machen, die möglichst nah an der Serie sind, damit man sich halt schon richtig vorfreuen kann auf 2023, wenn der EV9 dann zu den Händlern rollen soll. Ja, ich bedanke mich bei euch für die Zeit, dass ihr dieses Video gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Wie gesagt, falls ihr noch nicht Teil der Einfallelektrisch Community seid, schaut mal bitte nach. Würde ich mich freuen, wenn ihr dazu kommt und wir uns im nächsten Video hoffentlich schon alsbald in gewohnter Kulisse wiedersehen. Bleibt bitte gesund. Ich werde es auch. Bis bald. Euer Olli.